Hallo und Herzlich Willkommen bei Hotel ein Ressorts Simulator. Ja ich habe heute groß und klein geschaut, besser gesagt ich weiß nicht ob ihr das kennt, wenn ihr was auf der Wunschliste habt und es erscheint, bekommt ihr eine Mail von Steam. Und heute habe ich, jetzt ist es glaube ich um 13 Uhr und um 11 Uhr oder so ein Mailerhalt, Hotel ein Ressorts Simulator ist zum Download bereit. Und auch noch zu einem günstigen Preis ich glaube so 17 Euro oder sowas. Und dann habe ich einmal nachgeschaut und habe gesehen ja es gibt noch kaum andere Videos, also muss tatsächlich neu sein. Und ja was soll man noch mehr sagen und auf jeden Fall ich habe es mal geholt. Download ist fertig. Es wird zwar jetzt nicht genau an dem Tag erscheinen, muss ich jetzt einmal kurz noch schauen. Ich habe heute hier den 12. Oktober. Okay wird da irgendwann mal in der Zeit kommen. Aber jetzt starten wir doch mal. Ok. Ok. Ja natürlich. Weil ich habe keine Ahnung. Ich spiele jetzt komplett blind. Ok. Ja das wäre es doch eigentlich. Kann man den drehen? Kann man nicht drehen. Wie ist es mit dem? Ja auch nicht schlecht. Ist eigentlich egal. Aber ich trage selber jetzt gerade Jeans. Nehmen wir den Jeans Typen. Ok gleich mal ein Achievement bekommen. Settings. Ja Language. Hoffentlich gibt es das auf Deutsch tatsächlich. Ja das ist ja hervorragend. Ok. Wie schaut sonst noch aus. Alles gut. W.A.S.T. Ja das werden wir sehen. Sound. Ja das hoffe ich mal dass es nicht zu laut ist. Wir machen natürlich die Karriere. Und als allererstes Hilfe gesucht. Tante Sandy sucht schon seit einiger Zeit nach jemandem der ihr helfen kann. Ihr bescheidenes Resort zu verwalten. Onkel George hat versprochen dir zu zeigen. Wie es an der Rezeption läuft. Sowie dir die grundlegenden Aufgaben wie das Herrichten einer Unterkunft zu erklären. Außerdem hat er ein Tablet erwähnt. Auf dem ein paar hilfreiche Apps installiert sind. Ok dann schauen wir mal. Ich hoffe das ist einigermaßen angenehm ist das Spiel. Aber wir werden sehen. Ach Gottchen. Sieh sich dich einmal an. So aufgeweckt und voller Tatendrang am frühen Morgen. Ich bin so froh dass du herkommen konntest um uns auszuhelfen. Dein Lebenslauf war tadellos. Ich mag es wenn jemand so viel Liebe zum Detail hat. Ok. Hier kann man auch drauf klicken. Muss nicht unbedingt auf E gehen. Entschuldigung meine Stimme. Ich bin ein bissl erkaltet heute. Wollte ich das mal im Vornherein sagen. Ich muss mich um einige dringende Angelegenheiten auf einem unserer Inselgrundstücke kümmern. Mein Mann George wird dir helfen alles Wichtige zu lernen was es beim Verwalten dieses Ressorts zu beachten gibt während ich beschäftigt bin. Ich schau später vorbei. Aber ich hab wirklich ein gutes Gefühl bei dir. Und der George bevor es ans Eingemachte geht schauen wir uns doch einen Moment um und genießen die wunderbare Aussicht. Ok. Jetzt nochmal das hier. Das sind hier die Aufgaben. To do Liste. Ok. Das ist wahrscheinlich unser Blick jetzt. Ok. Auch mit WASD. Wunderschön nicht wahr? Ja ich hab ja noch gar nichts gesehen. Ja nicht schlecht. Das schaut mir nach Urlaub aus. Guten Morgen. Wie ist das? Weiß man nicht. Na du. Ok. Jetzt steigen wir mal ins Auto. Ok. Jetzt können wir fahren. Fahr zum Resort. Was hab ich jetzt hier gedrückt? Achso. Ich hab wieder auf E gedrückt. Ok. Ah ok. Ist davon natürlich. Na ist ein bisserl. Aber geht schon. Geht schon. Ah. Da kann man sogar durch die Pflanzen durchfahren. Eieieiei. Da hätte ich gar nicht ausweichen brauchen. Das ist ja blöd. Ich werde jetzt hier nochmal starten. Und bin gleich wieder da. Ah. Prima. Zack. Eieieiei. Das hat er zurückgesetzt. Das ist schon mal schön. Geht zur Rezeption. Oben links auf dem Bildschirm siehst du das Geldguthaben. Ok. 74.000. Und die Ressortbewertung. Oben rechts siehst du die Aufgaben. Unten links die langfristigen Ziele. Rechts unten den Status. Bereichs oder Gebäudes in dem du dich gerade befindest. Ok. Das waren so die Grundlagen. Lass uns jetzt rüber zum Zimmer 01 gehen. Ok. Sendi sorgt gerne dafür, dass sich die Gäste wie zu Hause fühlen. Deswegen machen wir es hier so schön wie möglich für sie. Ich habe dir eine Aufgabenliste gegeben, die du abhaken musst. Du findest sie unten rechts. Ok. Ok. Da kann man dann hier auch mit rechter Maustaste dann was machen. Schauen wir mal die Handtücher an. So. Jetzt schauen wir mal. So. Was sollte man jetzt also jetzt das mal machen. Ich wechsle die Handtücher. Machen wir es mal so. Ok. Da kann man sich gleich hin teleportieren. Da muss man das Ziel nicht lang suchen. Also wechsle die Handtücher. Nehmen wir mal die Handtücher. Nehmen wir mal die Handtücher. Ok. Aber wohin damit? Hm. Also. Die waren da. Putzen. Nehmen wir mal die Handtücher. Oh. Wechsle. Wechsle ich jetzt nicht was ich hier machen soll. Dann schauen wir mal zur Minibau ob wir die finden. Dann machen wir es mal so anscheinend. Ok. Auffüllen. Also. Ok. Das brauchen wir gar nicht aufmachen. Und bei Handtücher wahrscheinlich genauso. Na komm. Ok. Send ja die Zimmer gerne funkelnd sauber. Behandle Gäste wie die eigene Familie. Geh zum Pool. Sieh mal an wie dreckig er ist. Tatsache. Ah. Da haben wir hier noch was. Ah. Da geht's. Da geht's vorwärts. Ok. Der ist sauber. Machen wir uns mal an den ran. Ein guter Stück Arbeit. Aber jetzt ist es so viel besser. Als nächstes kommt die Wäscherei dran. Wir müssen noch die Waschmaschine leeren um Platz für mehr Wäsche zu machen. Ok. Ok. Ja. Man muss sich erst eingewöhnen. Geht zur Wäscherei. Wo ist die Wäscherei? Ah. Da hinten. Ok. So. Jetzt schauen wir mal hier die Waschmaschine. Ok. Reparieren. Ok. Sehr schön. Gleich wieder Achievement. Ich habe einen Schraubenzieher. Das reicht erst mal. Ok. Ah. Ich starte den Trockner. Ok. Ok. Sehr schön. Geht zur Rezeption. Ah. Es ist schön, dass man das hier oben auf der Minimap sieht. Jetzt zeige ich dir das Tablet. Ok. Dein persönlicher Assistent. Damit hast du Zugriff auf die Informationen. Ok. Zwei Reiter. Haben wir alle Reservierungen. Ok. Ich öffne den Reiter Reservierungen. Ah. Mit Q und E. Ok. Zwei Nächte plus. Ja. Das werden wir doch öfter mal haben. Denke ich mir mal. Tab Escape. Ok. Bist du bereit sie einzuchecken? Gäste warten in Schlangen vor den Anlagen oder Bereichen. Ok. Wie du siehst, dass sich die Warteschlange gebildet hat, was du tun musst um das Problem zu lösen. Ok. Wo sind hier Schlangen? Schlangen an Leuten? Keiner da? Check ich gehst die ein. Ok. Ok. Da ist jetzt jemand da. Wer ist das? Hallöchen. Ah, okay. Das war der Check-in. Jawohl, viel Spaß bei uns. Okay, weiß ich jetzt nicht, wer das war. Ah, der wird Lee Daniel. Nee. Keine Ahnung. Du hast den Boss gehört, damit das Ressort funktioniert und die Gäste zufrieden sind, musst du darauf hinarbeiten, eine leere To-Do-Liste zu haben. Weißt du was? Dafür gibt es eine App. Okay, wir haben eine To-Do-Liste. Und da können wir jetzt schauen, was wir alles machen müssen. Säuberiert aus Poolwasser. Okay, ist wahrscheinlich da. Okay, da geht's vorwärts. Sehr schön. Machen wir hier fröhlich weiter. Warten die Gäste. Null. Das ist sehr gut. Wechsle die Handtücher. Fülle die Mini-Bar auf. Okay. Ja, das ist ja wirklich super, dass man sich hier her beamen kann. Okay. Das passt. Dann jetzt auch nochmal die Handtücher, die dreckigen. Jawohl. Jawohl. In Ordnung. So, und wie geht's hier weiter? Leere die Waschmaschine. Okay. Okay. Haben wir auch. Starte ich den Trockner. Okay. Ja, auch wieder Handtücher Mini-Bar. Aber ich werde jetzt einmal diese Folge beenden. Und ich stelle gerade fest, das ist auch super, wenn man hier reinschaut, läuft die Zeit nicht weiter. Kann man mal eine kleine Pause einlegen zwischendurch. Okay. Ich hoffe jedenfalls, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.